Hi Leute, was geht ab? Ich bin Chris und heute werden wir den Jubiläumsparcours von GOMMA HD spielen. Denn GOMMA HD ist 10 Jahre alt geworden und dazu haben sie den Parcours gemacht. Und wir werden noch Bad Wars auf GOMMA spielen und BOLD FFA. Also würde ich sagen, lasst eine positive Wertung da, abonniert auch gerne den Kanal und ich sage, viel Spaß mit dem Video. Hi Leute, was geht ab? Ich bin Chris und heute werden wir den GOMMA Mode Parcours spielen. Genau Leute, vielleicht habt ihr den ja auch im Livestream bei GOMMA gesehen. Fuck, ich bin mir direkt verkackt. Ja, das ist nämlich ein Parcours durch den ganzen Minecraft Server, also durch die ganzen Jahre. Und den werden wir heute machen, also würde ich sagen, lasst die positiven Wertung da, abonniert auch gerne diesen Kanal, dass wir dieses Jahr vielleicht noch die 100 Abonnenten oder 200 Knappen oder sogar 500. Ich werde auch... Nee... Wow, wie viele sind hier drauf gerade? Einer ist sogar mit Supreme. Oh, die... Der eine Typ ist disconnected. Ich muss meinen Ton gerade... Junge, einfach... Ich war nur steepskin, aber... Respekt, Alter. Junge, muss der Jump-and-Run-Pro-Free sein. Ich habe mir übrigens auch den Livestream angeguckt. Die Leute waren ja über... Übertrieben krass. Ich dachte, okay, der wird ja nicht so schwer sein. Aber, Junge, der sah halt im Livestream so easy aus, weil... Alle aus der Community haben das dann durchgebrockt. Weißt du? Und ich spiele heute auch mal mit dem Luna-Cline, weil... Wenn ich 100 Abonnenten habe, will ich die mal fragen, ob ich Partner werden kann bei denen. Dann könnte ich da mein eigenes animiertes Cake aufstellen. Das wäre cool. Und dann würde ich vielleicht Geld verdienen. Okay, Leute, jetzt wird alles gerade rausgeschnitten. Weil sonst würde ich hier niemals... Ähm... Ja... Das Video würde dann Stunden dauern. Weil ich verkackt dran. So hart. Genau, Leute. Ja, Leute. Danke schon mal für die 60 Abonnenten. Richtig geiler Support. Fast geschafft, Leute. Was machen wir denn, Schatten? Scheiße, Alter. die leute ich weiß nicht ob ich das video sogar beenden soll ja das müssen alle ich glaube durch den parkour und jetzt noch mal ein bisschen mehr auf 1.500 momentan gerade ja durch den leistung auch zehn jahren glaube ich werde noch ein bisschen mehr wieder aufkommen aber ja ich habe es geschafft endlich geil ich glaube das kann man auch über mehrere tage spielen ja bis da oben ohne checkpoint wird schon krampfhaft eigentlich spiel ich ja öfters ja ich dachte wirklich die sprünge weißt du das ist ja auch eigentlich nur bei dem komme hat es ja noch mal im video gesagt ist nicht so gehen die sprünge wie sie aussehen schwieriger sind ja auch echt schwierige wenn man vergisst zu springen und deswegen mein linke schulter tut irgendwie weh warum weiß ich nicht alle hat ja gesehen reflexe und ja leute zehn jahre goma die ist schon krass zehn jahre den ältesten minecraft server gibt seit elf jahren dann sofort zehn jahre elf jahre glaube ich jetzt auch zwölf jahre alt dieses das ist ja noch immer der gleiche sprünge vielleicht sollte ich mich mir da mehr zeit lassen dass ich nicht immer von vorne anfangen genau zehn jahre leute ich will auch einen minecraft server machen ich weiß ja auch wie man es also nur einen kompletten parcours server ist wisst ihr mit 100 slots also 100 ja wisst wahrscheinlich was das ist wenn nicht dann weiß ich auch nicht naja auf jeden fall da will ich ein paar kurs auch gemacht so ein paar kurs maps und so eine season halt das ist manche jedes jahr gibt es mal season halt cold season oder sowas wisst ihr halt und genau ja bis da oben wenn ich da oben war im letzten block sterbe dann höre ich auf dann habe ich keinen bock mehr ja aber eigentlich ist es gerade ganz gemütlich runde hier einfach jump 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 und verjahres die spiel ich auch gerne aber nicht gerne wenn ich die ganze spiel ja ich habe auch mal nichts falsch gemacht bei dem jump run es ist neid und alles weil man die kleine warte zeit verkürzen kann ich bin allein weiß noch okay okay so jetzt droppt es doch mal irgendwas Eisen 5 Eisen ich hab grad mal 3 Eisen Rüstung 32 Tonnen Junge naja hier gab es noch mal die geilen Brüksachen die finde ich cool so habe ich sie mir eigentlich nicht vorgestellt aber ja Burgtunnel ich hab die ja egal dieses Ton sogar scheiße aber das finde ich immer cool dass man auf dem Becken will das finde ich schade an der Pixel aber ja das ist auch cool immer alle Brücke warte kurz ich nehm mir noch statt so wisst ihr was das heißt das heißt schau Kumpel für ein Team zu Kies gehen na hebe ich mir mal auf warum wird es zu dunkel? ah Team Türkis lebt noch mit farbigem Ton ja aber du weißt nicht was du machen willst das ist mit einem schönen Feuerball das ist mit einem schönen Feuerball Peace er ist aber tot kann man sich nicht beschwerender gehen wenn man dann auch noch wenn man dann auch noch ich wollte mich mit dem gar nicht anlegen aber wenn es kommt dann hole ich mir ein leg den Rest hier rein und dann gehe ich jetzt kämpfen dann wirklich richtig ich finde die Feuerwelle eigentlich ganz cool aber den Boost finde ich echt schade orange ist tot ok dann wisst ihr was gehe ich doch mal zu Team Orange ich höre euch nicht Diamanten eine geile Bauart finde ich ich habe mich erschrocken Brudy wo kam das her? oh dann gucke ich mir mal so einmal fallende Brücke keine Ahnung was das ist werde ich jetzt aber austesten ach so ok ah Blöcke hab ich ganz vergessen zu kaufen einfach mal gechillt eine Runde Bad Wars eigentlich wollte ich das so machen aber ja Brudy chill doch mal ja kurz weggeguckt ist cool damit hätte ich dir wahrscheinlich nicht gerechnet ok damit hätten sie auch nicht gerechnet ok wir haben damit gerechnet ich hoffe die denken jetzt wäre meine Base da ich will zwölf oder ja perfekt ich wollte schon immer so eine komische Burg bauen ich wusste noch nie was das ist aber es ist cool hier wahrscheinlich uaha alter ist richtig cool jetzt ihr kennt mich ja leider ich kann nicht so gut bauen eine Nummer Brücke mit dieser Nummer Brücke brauche ich mich von den Diamonds aus soll ich versuchen fast zu bütschen kann ja eh nichts verlieren ich schieße den einfach mal dahin vielleicht kann ich noch mit dem weiß ich hab's nicht weggeworfen nein sie kommen sie haben mein Feuerbild anschein gehört blöcke blöcke keine blöcke blöcke alter Schwede ich hab mich soo hart erschrocken blöcke blöcke bei blöcke blöcke Okay, das war ein Bett. Ich werde ihn töten. Fuck, okay. Geil. Tut mir leid. Tut mir auch. Fuck. Fuck. Junge, du bist ja fies, dich schon immer. Ja, okay. Ist ja okay, Name. Einfach Maus abusen. Ja, okay. Putze. Okay. Nein. Okay, Leute. Okay. Also, komm mal einfach. Zehn Jahre. Mega nice. Geil. Spiele haben die auch. Außer zu Bremer. Junge, chill. Bulli. Chill. Okay, wenn ich mich dann teleportiere, dann bin ich bei den Typen. Maus abu. Okay, Bulli. Bulli. Ich lege aber noch. Ich werde dich holen. Komm, maus wenn du mir den Typen nicht kill. Junge, was bin der Angel? Ich hatte diese Angel. Ich lege was, wenn ich dich schlag. Ja, klar. Oh, ich lebe. Nein, nicht du, Alter. Ja. Mit dich lege ich mich nicht nochmal an. Fuck. Naja, da habe ich dich jetzt wohl verarscht. Da habe ich euch ja wohl verarscht. Ich habe ja eine Ender Perle viel zu spät. Äh, so. Es ist viel zu spät geschwommen. Jaja, ich bin du schon zuerst. Piet, ich lebe. Oha. Junge, der Angel muss ja echt geübt sein. Eben, die habe ich schon mal gezockt. Diesmal. Ich will ihn töten. Nun, das alles sind so Leute mit dem Angel. Ich habe keinen Bock drauf. Nockbackstick. Nockbackstick. Scheiße. Ganz zu spät. Ich dusche wieder. Weißt, wie man sich mit so einem Typen anlegt? Und springt runter? Oh! Alter. Komm, schön her. Heise, Alter. 144 Kills und 333 meine Schrauben. Mich holt's nicht nochmal. Oh! Dream Highlights. Part 4. Ich hab ne Enderperle. Ich hab ne Enderperle. Auch wenn das nichts gebracht hat. Ich hab ne Enderperle. Ich hab ne Enderperle. Ich hab ne Enderperle. ich hab ne Enderperle. Ich hab ne Enderperle f debido wie sie. Ich hab ne Enderperle. Ich hab ne Enderperle. Leute, da habe ich ja einen Trick. Ich habe Cockrips dabei. Okay. Okay, Leute. 147 Kills. Der erwartet nichts. Scheiße. So was von einer, so was, so was von, so was von, so was von, so was von. Ja, ich lebe. Ja, lieber. 158 Kills. Scheiße. Ja, der Stab. Der Staus, was? Leute, bei 150 Kills endet das Wien. Die, joo. MNG. Oh, Herr Jung, ich habe den so was von gekommen, grad. Ha, der hatte noch ein Herz, Leute. Was? Ja, ja, jetzt willst du mich töten. Ja, ja, jetzt willst du mich töten. Die töten, Leute. Ja, und du kommst jetzt hinterher? Du denkst, ich sterbe? Nein. Ich sterbe. 150 Kills, Leute. Peace. Danke für 150 Kills. 150 Likes. 150 Abonnenten. Okay, Leute. Ich würde dann sagen, lasst doch mal eine schöne, positive Bewertung da. Abonniert doch gerne diesen Kanal, denn wir wollen dieses Jahr noch die 10.000 Abonnenten klappen. Wow. Nee, die 100 oder 200. Genau, Leute. Wo kommst denn du her? Alter, wie aus dem Fahrstuhl. Okay, Leute. Ciao.